Es ist einfach sehr, sehr großartig, dass wir gerade mit dem Herzensprojekt von mir nach Heidenberg eingeladen sind. Also zum, wie ich finde, doch extrem tollen Festival für zeitgenössische Dramatik. Und dass wir dieses Stück zeigen können, ist ganz großartig. Deshalb wir freuen uns. Total schön ist, dass wir mit dem ganzen Team zusammenkommen, dass die Autorin da sein wird, die Regisseurin da sein wird. Und dass ich mich total freue für dieses junge Team und für diese tollen Frauen, dass das Stück von denen da gezeigt wird. Und dass das Leute sehen können, das freut mich sehr, weil das eine sehr großartige Arbeit war mit diesen Mädels. Alter, heul, Suze. Die Figuren kommen da eigentlich nicht raus, weil sie gestorben müssen dann nochmal durch. Und nochmal durch. Und nochmal durch. Auch wenn sie das nicht immer wissen. Oh, das wird scheiße. Um Schönheit geht's hier nicht.